die wieder hier der Schwede ist so leicht die Schwester gehen jetzt sofort ziemlich leer hier so ein Bibeltreffen die erinnere ich mich und ja sagen wir euch was wir jetzt in ihrer Schnappe sind wir es unter ein mit Tatschrecken ähm ähm ja und gute Tafel ich weiß ihr könnt das nicht so gut sehen ihr habt nur 7 oder keine Ahnung wie der hier aufnimmt ja was mit ihm oder ok 4 750 P keine Ahnung nein wie geht das Pater Duff er ist der einzige nette Kerl hier nein sag ihm doch mal hallo ne keine Lust auf Schuldgefühle da sind wir das jetzt zu drücken hä 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 ich bin da hoch jetzt jetzt kann mir leider ein besseres aufnimmt teil leisten ich bin gleich da das war leicht ja jetzt verplatten ich bin kein Türkei doch schon ja das dachte ich nein ist auch egal dann geht es ab nach oben nach oben Einfach mir nach. Genau so. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zwei Mal. Ein oder zwei Mal. Das heißt mehr mal. Komm schon. Du bist dran. Was hast du so gemacht? Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Ja, nein. Ja, nein. Alter, wie weit muss man hier auf dem Tag? Okay. Ich bin ohne Munde keinen Ruf. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Hab dich. Ich schaff das. Siehst du? Ein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Oh, Uhr. Nicht cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Da kommt ein Sprung. Okay. Haben nur Daufzeit. Okay. Nein, nein, nein. Da darf ich auch. Du musst die mit. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das spiegst du. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Geh los weg, mein Freund. Bereit, Tatsam? Ja. Okay, weiter. Nein. Nein. Ich warte lieber. So hoch kann ich nicht springen. Geh einfach um die Ecke. Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Weißt du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Warte hier und schau mir zu. Oh, es wird schwer. Okay. Du schaffst das. Okay, mach nur. Du musst dich hier nachdenken. Oh Mist! Komm dich! Komm! Der hat mit mir immer das Leben. Geschafft! Ja! Natürlich! Hier! Folge mir! .... Hier ist es... Du wirst years later werden... weist du was? So, jetzt bist du mal gerade! echt? Ich folge dir dann. Oh, scheiße. L? So geht das nicht. Dann mal los. Wui! Okay. Okay. Nach dir. Hier. Hier. Jetzt runter. Lass du die Seite auch runter. Genau so. 2016. Und draußen. Okay. Hey, sieh mal. Ein Monat. Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Sie ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Ihr kauft von meinem schwerverdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. Warst denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren reißen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Du wüsst es. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja. Weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Mams Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenn den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Oh. Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfallen und das holen? Du meinst stehen? Na, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Also, ich werde jetzt die ganze Zeit als erster stehen. Oh ja. Och, nö. Ich will den Schatz. Okay, ich würde sagen, dass wir das noch haben. Das war das, was ich erwartet habe, eh? Wuh. Acabemos con esto. Nanos. Setzlos, mein Kabel ist verwittet hier. Dreck scheiß, wird zogen. So. Chingada, este gruio sabe pelear, eh? Nochmal like, ich verstehe teils Wort. Vuelve ahí, vuelve ahí. Estás muerto. Vuelve ahí. A feur como sales de esta cara. Dale en la cara. Okay, ich... Da ruht mich eine an. Ciao. Ciao.